Hey liebe Leute, ihr habt es schon gesehen, es kommt ein neuer Song von mir, Du in L.A. heißt das Teil. Ich werde euch die nächsten Tage ein bisschen bordern, was den Song angeht, ein bisschen nerven. Ich freue mich riesig auf das Teil, schon eine ganze Weile. Jetzt ist er fertig gemixt, fertig gemastert. Grüße an Nicodem, der das gemixt und gemastert hat. Und Grüße an Flammy und Kors, die den mit mir zusammen produziert haben auf Mallorca. Du und L.A., ich freue mich riesig auf das Teil.